jo leute das ist ein neuer das ist eigentlich der ersatz für unnötige videos mit ronin p90 es heißt kleines das großes bewirkt ja liken nicht vergessen und ein abo da lassen und kommentar vielleicht demnach würde ich sagen legen wir los was ist genau ein tanzapfen habt ihr auch schon mal so ein großen gesehen ich frage mich woher der kommt denn ich habe ihn neben einer bus haltestelle gefunden auf dem boden erst echt vielleicht von einer weihnachtsdekoration aber welche tanne hinterlässt so einen mutanten teil das könnt ihr mir in die kommentare schreiben ich würde mich über die auflösung sehr fest freuen demnach würde ich sagen auf wie der c oh ist unscharf ist die kamera jetzt aus es packt bei mir schon wieder ja nein doch nicht doch jetzt